Ok, ok, ah! Löscht was? Ei, 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 ei! Schneller, schneller! Ok, 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 das hat er bestimmt mit Absicht gemacht. Da weiß ich, dass wir das überleben. Da bin ich, dass du stirbst. Was ist das für ein Bild? Ok, ok, den holen wir uns jetzt. Hier ist Blut, Vorsicht! Ich könnte es dir ausrutschen! Das ist nicht normal! What? Was hat denn noch alles? So, Ashley, ähm... Da ist ein Fahrrad drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Ashley, Ashley, noch mehr! Ähm, da kommt nochmal näher. Aber hier, ich hätte mal abbiegen, kann er nicht. Da guckst du was? Jetzt trete ich das auf einmal. Der hätte ich so gefeiert. Hm, Spine. So leicht lassen wir uns nicht überlisten, oder? Genau, Ashley! Oh, noch gerade. Aber diesmal in der Kiste. Mhm. Noch irgendwas interessantes hier? Hier ist noch was. Ähm, sonst ist hier... Das ist noch was, oder? Tatsache! Ein Schachbrett! Ein elegantes Schachbrett. Okay, da haben wir nochmal geguckt. Oh, schon gedacht. Auch diesmal zwei Schritte nur. Äh, dritter. Mhm. So. Oh, ich hab mich jetzt erschrocken. Dankeschön, Ashley. So, dann haben wir die zwei Türen auch schon mal einen Besuch abgestattet und alles bekommen. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal durch den langen Gang. Und da haben wir gleich mal Besuch. Mhm. Mhm. Geilo. 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 Also, wenn das jetzt nicht geil war, ja? Dann wisse ich auch nicht. Zack. Zack. Das hat schon keiner mehr überlebt. Das war ein richtig geiler War. Super, Leon. Mach weiter so. Ähm. Fenster sind offen. Ist das überhaupt nicht windig oder so? Äh. Ah. Spine. Seidenkristall. Seidenkristall hat mehr Wert. Grüner Edelstein. Den können wir wieder irgendwo einsetzen. Ich weiß noch ganz genau wo. Und ein Spine. Da können wir gleich mal einsetzen. Und zwar hier in diese schöne Maske. Oh, haben wir schöne Nägel zu verkaufen. Ich freu mich schon. Und da ist ein verschlossenes Tor, wo wir wahrscheinlich die Krüge brauchen. ein Toast auf unsere königliche Hoheit. Ähm. Toastbrot, ja. Ähm. Wäre auch kein ganz großer Unterschied wahrscheinlich. Ein Toastbrot auf unsere königliche Hoheit. Ähm. Toastbrot, ja. Und. Und sofort rein. Wieder ein schöner Boden. Und... Schlange, Schlange! Diesmal habe ich aber zugeschlagen. Scheiß, Dreckvieh. Du cheatest doch, Alter. Wo bist du? Cheater! Hacker! Hexlore! Hatcheater! Waaah! Gut. Sonst ist hier nicht... Yay! Aber sonst ist hier irgendwie nichts. Das ist nur ein langer Gang. Draußen ist auch nichts. So wie es aussieht. Nur ein bisschen Geld für den Schatz tun. Ja, da wollen sie den Spiel dann ein bisschen verlängern, ja? Nee, draußen ist wirklich nichts. Aber ich komme doch... Aha! Das habe ich noch nie in dem ganzen Spiel gesehen. Aber klar, es ist gar nicht einfach so... Da ist... Aber das hat schon nie im ganzen Spiel gesehen. Das ist mir jetzt neu. Aha! Hier geht es irgendwie lang... Oh, eine Kiste! Oh, was ist hier? Oh, ist das wieder Löschen. Oh, was ist denn das? Eine Edellampe. Ist geil. Wieder was zu verkaufen. Kann man da irgendwas reinsetzen? Äh, drei Kerben wieder. Fehlt uns noch eine Kerbe, ne? Hm. Was ist das? Äh, herrunden... Achso. Ähm. Äh, ja, das ist wahrscheinlich... Verdammt. Das ist wahrscheinlich der größte Penis, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ähm. Herunter? Ich weiß ja nicht. Machen wir mal einfach. Luft ist rein, Ashley. Na, komm her. Wir hätten wahrscheinlich... Achso, wir sind jetzt einfach so reingekommen. Da hätten wir auch durch eine große Tür gehen können. Naja, so geht es natürlich ein bisschen schwerer und... What the fuck? Ashley. Ashley! Ashley! Aha, scheiße! Ach, das haben wir wieder schön denn bekommen. Oh, nein. Schon wieder diese fliegenden Insekten von dieser Kanalisation. Okay. Leon, fort, fort, fort. Weg, weg. Ah! Scheiße. Ja, ja. Ebel. Oh, nein. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Okay. Sehr verdammt schnell. Weg mit dir. Dankeschön für deine schönen Augen. Ah, ja. Ist nicht stark. Jetzt. Du musst dich beeilen. Das gibt's doch nicht. Weg, 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 weg. Oh, ich wollte noch treten. Da läuft einer, der läuft an. Oh, 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 oh. Sofort die Tür ein, sofort die Tür ein. Die werden schon nicht hinherkommen. Oh, man, oh, oh, oh. Oh, man, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Händler. Hast du dich redestrocken? du glaubst mal wieder nicht was passiert ist ja ja ich hatte auch seltene wache zu verkaufen später wieder aber ich brauche jetzt erstmal gleich wieder kommen und zwar möchte ich dir noch was verkaufen und zwar haben sie mir die falschen augen gegeben doch nicht doch damit die falschen augen gegeben auch diese drecks fischer hallo händler ja also ich möchte selten wie wärs denn mit wie wärs denn mit sieben seidenkristallen jetzt bestimmt lust drauf oder sieben spiel gut also vielleicht noch ein schönes high spray für uns dankeschön das können wir gebrauchen was ist denn noch für uns wir haben meinen drecks und nervt mich wieder kopf koffer xl würde der uns was bringen ja koffer xl das ist glaube ich größer und noch ein bisschen tunen und zwar das ist eine gute frage was tun wir jetzt noch ähm kapazität aber auch viel viel kapazität offen was kann ich da würde ich auch ein bisschen ja nicht schüren wollen aber da ist die feuerkraft eigentlich am wenigsten wichtig wird ich jetzt mein und mhm die tmp ist eigentlich mal am wichtigsten aber eigentlich mehr das gewehr machen wir jetzt gewehr so scheiß auf kapazität ok lassen wir es erstmal so ähm speichern tun wir auch mal so gehen wir mal gucken und rein da ich höre wieder flüster flüster seidenkristall oh da klingt noch was und noch eine spiene so Leon ein riesenturm und oh dieser salatzahl ich wundere ob du mich sehen kannst Herr Kennedy wenn du siehst wenn du siehst ich werde deine schmerzen erst wir schauen ob du es so weit zu machen kannst ich wundere kopf 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 der tanzt auch ein bisschen weiter zu uns müssen wir rüberkommen Zugbrücke oder so auch hier nervensegen haben wir der andere Typ der tanzt immer noch zu uns was was aber die ist gerade ab das ist der eine Typ da mhm die trefft die treffen wir leider nicht ach ja dann würde ich mal sagen no risk no fun oh abgeht wir müssen erstmal hin das Gebäude da trifft er uns nicht nicht okay das auch ein bisschen wieder schießen oder doch nicht oh man oh ja 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 Vielen Dank.